Hallo liebe Zuschauer, wie kann Bayern trotz Corona-Krise möglichst schnell wieder auf die Beine kommen? Nachdem uns während der ersten Infektionswelle glücklicherweise ein Gesundheitsnotstand erspart geblieben ist, gilt es nun nach vorne zu schauen und anzupacken. Hierzu haben wir Freien Wähler am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtages ein komplettes Maßnahmenpaket skizziert. So braucht es gezielte Wirtschaftshilfen für Zukunftsthemen wie Wasserstoff, Digitalisierung und Energiewende und eine Strategie zur Liquiditätsstärkung unserer Wirtschaft, etwa um feindliche Übernahmen aus dem Ausland zu verhindern. Vor allem aber dürfen Mittelstand und Handwerk nicht an Kraft verlieren, denn sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wir haben eine seriöse Finanzpolitik angemahnt und wollen den Solidaritätszuschlag so rasch wie möglich ganz abschaffen. Außerdem gilt es, im Gefolge der Pandemie ein Wirtshaussterben zu verhindern. Deshalb muss die Reduktion der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent für die Gastronomie dauerhaft gelten und nicht wie die GroKo in Berlin es will, nur bis Mitte nächsten Jahres. Zur Bewältigung der Krisenfolgen setzen wir auf eine starke Rolle der Kommunen. Ihnen fehlen wegen des Shutdowns Milliarden an Gewerbesteuern. Diese schwierige Lage nehmen wir sehr ernst und werben für ein bundesweites Investitionsprogramm, damit regionale Wirtschaftskreisläufe nachhaltig gestärkt werden. Den Katastrophenschutz wollen wir ebenfalls deutlich ausweiten, denn die Krise hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass Staat und Gesellschaft auf besondere Herausforderungen nur bedingt vorbereitet sind. Und wir müssen uns auch kritisch fragen, wie Arzneimittel Engpässe verhindert werden können. Um für künftige Gesundheitskrisen bestmöglich gewappnet zu sein, wollen wir die Produktion von Medikamenten nach Europa zurückholen, insbesondere nach Deutschland und Bayern. Lernen aus Corona, Krise meistern, Zukunft sichern, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und freuen uns über eure Unterstützung. Jetzt aber wünsche ich euch frohe Pfingsttage und erholsame Ferien im Kreise eurer Familie und Freunden. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.